Und das als arrogante Berliner. Normalerweise verteilen wir ja keine Komplimente für Städte. Wir spielen jetzt ein Lied, was ausnahmsweise nicht von Essen handelt, wie viele unserer anderen Lieder sonst. Sondern von der Person, die das Essen bringt. Was für eine raffinierte Ansage. Und was schaut der Typ von Kaisers Tengen an? Mich so rossfrech durch die Menge. Warum räumt er nicht ganz normal? Sein Scheißspinat und das Regal. Der hatte gestern sicher Brot verkauft. Und seine Handynummer obendrauf. Und Jack ist Rack, sie geht aufs Haus, Madame. Was fängst du bloß mit solchen Typen an? Ich bin der Lieferantruppmann für das kranke Tier mehr. Dass ich nur annähern kann, weil ich in die Bote spiel. Weil es wächst, wenn alles geht. Sag Bescheid, wenn du sie siehst. Der schönste Mann im ganzen Nahverkehr. Auch wenn das wirklich ein Anzufall wär. Fährt ja nicht einfach nach 5.4. Genau, ob es kommt meine Tür. Ich weiß, es gibt zwar die Option. Dass hier noch andere Menschen ruhen. Doch wenn man ehrlich ist, ist es nicht. Realistisch ist es nicht. Wer lernt, liefert, rand und nah. Für das kranke Tier mehr. Dass ich nur annähern kann. Weil ich in die Bote spiel. Alles wächst, wenn alles geht. Sag Bescheid, wenn du sie siehst. Es atmet, es wartet. Es hört mir zu. Ich will, dass es schlugt, doch es gibt nie. Kein faules Stück Trost und kein alten Schuh. Ich bring dir die beste Tyrannie zu. Es atmet, es wartet. Es hört mir zu. Ich bring dir die beste Tyrannie zu. Ich bring dir die beste Tyrannie zu. Ich bring dir die Bote spiel. Ich bring dir die Bote spiel. Für das kranke Tier mehr. Dass ich nur annähern kann. Ich bring dir die Bote spiel. Alles wächst, wenn alles geht. Sag Bescheid, wenn du sie siehst. Sie decir, die Bote spiel, du sind trainiert. Ich bin einfach nur erwählend.